Willkommen zu einer neuen Folge von FragBosch. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage Bosch Akkusystem, ein Akku für dein Zuhause. Ja, immer wieder erreichen uns Fragen, was gibt es Neues bei euch im Akkusystem, wie wird es erweitert, was kommt an neuen Geräten dazu? Und ja, wie ihr wisst, können wir ja mit diesem 18 Volt Akku inzwischen über 20 Geräte betreiben, das heißt von den Elektrowerkzeugen über Gartengeräte, alles Mögliche und das Programm wird natürlich auch stetig erweitert, was jetzt aber ganz neu ist, wir haben uns jetzt ja auch zusammengetan mit Bosch Hausgeräten, das heißt, ihr kennt ja sicherlich auch Hausgeräte von Bosch und auch da gibt es akkubetriebene Geräte, inzwischen auch einen Sauger und das Neue ist, dass man diesen Sauger mit dem gleichen Akku betreiben kann, wie für unsere Elektrowerkzeuge. Das heißt, ich kann jetzt hier meinen Akku von Elektrowerkzeugen nehmen, habe vielleicht schon zwei oder drei verschiedene Geräte, brauche hier kein neues Akkusystem hier anzuschaffen, sondern kann mit meinem bestehenden Akkusystem jetzt auch bequem zu Hause saugen. Ja, also ihr seht, es geht noch weiter, nicht nur Elektrowerkzeuge und Gartengeräte, die man betreiben kann mit einem selben Akkusystem, jetzt auch das erste Haushaltsgerät von Bosch, auch hier, wenn wir weiter stetig ausbauen, das heißt, es werden auch weiterhin neue Geräte auf den Markt kommen, so dass das Akkusystem weiter wächst und wächst und wächst. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen neuen Einblick geben, was so Neues auf den Markt kommt, wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Heimwerken, euer Dino. Wenn diese Folge hilfreich für dich war, dann folge uns einfach auf unserem YouTube-Kanal. Hier veröffentlichen wir jede Woche einen neuen Heimwerker-Tipp und hier sind schon mal zwei weitere für dich zum Anklicken. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge.